1, 2, Rocket League! Zusammen mit... Hallo! WCF, oh mein Gott, er ist schon wieder open und er macht das erste Tor. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video reagiere ich mit euch zusammen auf Paluten und Maxify spielen Rocket League. Das Ganze kam am 11.04.2022 online und wir haben generell lange nicht mehr auf Maxify und Paluten reagiert. Aus dem Grund dachte ich mir, ist doch eine coole Idee, kann ich mal darauf reagieren, meine Meinung sozusagen, wie die beiden denn zusammenspielen. Ich weiß, dass Paluten nicht der Beste in Rocket League ist. Maxify ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, deshalb bin ich sehr gespannt, wie die beiden so in Kombination sind. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, wir sehen schon mal einen guten Fly hier von Maxify. Okay, das allererste, was wir schon mal sehen, also Maxify hat vermutlich halt eben den Dominus, ja, so wie wir es gerade eben schon im Vorspann gesehen haben und Paluten spielt hier den Octane. Ist schon mal eine gute Autorauswahl, würde ich sagen und das Ganze wurde auf jeden Fall auch in der Season 6 aufgenommen. Das bedeutet, das Ganze ist ja im Prinzip, ich würde sagen, glaube ich, ein bisschen älter. Ich glaube, das haben die jetzt nicht vor ein paar Tagen oder so aufgenommen. Ich glaube, das Video haben sie schon vor einer etwas längeren Zeit aufgenommen. Wir werden heute Ring spielen mit Paluten, der nicht ganz so gut ist, was aber nicht schlimm ist. Bitte, liebe Leute, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ja, guck mal, die sind auch noch unranked, also das Video ist auf jeden Fall safe ein bisschen älter. Ja, hast du Lust auf eine Runde Rockflieg und ich dachte mir, ja, klar, kann er mir ein paar Tipps geben. Wie zum Beispiel, wie man fährt und so. Wie man fährt. Also Paluten ist halt eben nicht der Beste. Ich greife an. Das Besondere ist... Okay, sie spielen auch keinen Rank. Die Gegner sind halt Diamant-Gegner und Paluten würde ich vom G her in Silber einschätzen. Okay, er schätzt einfach Paluten in Silber ein. Das ist schon hart. Wir haben gerade einen eingeschränkt bekommen. Die spielen sogar diese neue Cartoon-Map. Guck dir mal sein Auto an. Warum hast du nicht so ein cooles Auto? Du musst mal dein Auto auch mal anfertigen. Ich habe heute das erste Mal gespielt. Aber habt ihr es gerade gesehen? Paluten hat mehr Punkte als Max. Max, weil Paluten hatte gerade 54 und Max war einfach 0. Nein, nein, du sollst hinfahren. Ach so, ich dachte, ich soll hinfahren. Oh, den hat er. Gelanzparade. Ja, ich lauf dir mal. Hörst du drauf? Ja, ich bin da. Ich fett auf. Aha, ja. Perfekt. Ich war da. Ich war. Oh, ohne Buß kann ich nichts machen, richtig. Ich bin echt gespannt, ob sie die Runde gewinnen. Oh, lol. Okay. Der hätte Paluten auch reinmachen können, ja. Wo warst du denn? Den hätte ich auch gemacht, oder? Den hätte ich auch gemacht. Guck mal da. Da, da komme ich. Der, den hätte so hundert... Ja, den hätte... Ja, den hätte er auch gemacht. Nein, wir sind ja ein Team. Wir sind ja ein Team. Also wie gesagt, Leute, die letzte Session Rocket League ist bei mir ein Jahr her. Aber habt ihr einfach... Ein Jahr hat der keinen Rocket League mehr gespielt? Was? Ich fahre mal ein bisschen rum hier. Das ist ja geisteskrank. Du bist ja ganz hinten. Ja, ja. Du sagst, du bist da. Wo denn? Ich bin auch da. Genau. Ich warte halt. Okay, Mexify macht sich schon wieder ein Fly und... Verkackt. Ich habe ihn kaputt gemacht, aber du bist jetzt alleine gerade. Ich habe ihn aber abgewehrt. Sehr gut. Jetzt schieß. Ja, sehr gut. Ist das so Mario Kart Musik gerade, die sie hier laufen haben? Okay. Klingt so ein bisschen wie Mario Kart Musik. Ach, du bist da. Sehr gut. Ich war da hinten. Okay, jetzt falle deiner. Schön. Oh. Jetzt nochmal. Komm, zieh durch. Nur du. Mach ich. Ah. Ah. Schade. Okay, mal gucken, was er... Perfekt. Ja, ich bin vorne. Ich stehe frei. Ja, ich stehe kurz mit dem Ball hier lang. Ja. Oh, schade. Wenn er den Boost gekriegt hätte, wäre der Ball, glaube ich, drin gewesen. Emma. Nein. 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 Ich habe keinen Boost. WTF. Oh mein Gott. Er ist schon wieder open. Ja. Er macht das erste Tor. Das war alles geplant von dir, oder? Ja, natürlich. Guck dir das an. Also es zählt bisher zwei Eis für die beiden sogar. Und die Gegner sollen ja angeblich Diamond-Niveau sein. Ja, alles gut. Ich bin da. Ich nehme mir mal den Eckenbuchs, wenn der jetzt kommt. 3, 2, 1. Er kommt nicht. Hilfe. Jetzt ist er da. Und der Ball ist drin. Schon wieder 2 zu 2. Nach rechts. Ja. Wir sind Krieger. Das ist links, Paluten. Ja, das ist aber auch nicht leicht. Das ist ja spiegelverkehrt. Alles gut. Hab ihn. Wir sind Krieger. Jetzt bin ich echt gespannt. Letzte 25 Sekunden. Jetzt geht er. Oh, bampt er den? Ja. Guck dir das an. Ich bin so smart. Schöne, was ich gemacht habe. Er hat ihn wirklich noch gebampt bekommen. Warte, ich schieße. Jetzt guck auf mich. Ich fahr zu ihm hin und taue ihn weg, dass er nicht halten kann. Ha! Ja, ja. Okay. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Digga, wie knapp. Ich wollte es kurz spannend machen. Aber kann er den nochmal machen? Das wäre krass. Der geht noch. Ja, schade. Er hat noch gehalten. Okay, krass. Wir haben die Runde tatsächlich gewonnen. Wir gewonnen. Ja, gewonnen. Ja. Ja. Okay. So, zweite Runde auf Dead Eye Canyon. Ähm, ärgerlich. Nein, Thanos ist im Gegenteil. Das ist sehr gefährlich. Nee, nee, nee. Ah, okay. Nee, alles gut. Alles. Oh, schöner Fly. Sehr gut eins. Sehr nice. Ja. Was wäre gewesen, wenn ich nicht den Fakie gemacht hätte? Ja. Ich finde das völlig verrückt, wie ihr fliegen könnt und den Ball treffen. Das ist Übung. Ich brauche den immer so direkt vor meiner Nase. Ha, ha, ha. Oh. Fertig, hab ihn. Der hat mir... Warum hat der denn jetzt den... Wie hat der denn fliegen? Oh, da kommt der nächste Fly. Und das hat sich dann auch erledigt. Ah, schade. Ich fühle nur eins drüber. Das müssen wir ändern. Wir müssen brauchen noch ein Tor für Sicherheit, weißt du? Ja, klar. Oh, der kommt gut in die Mitte. Kann er... Nee. Paluten. Nein. Ich muss mal dran denken, wenn ich springe, diesen Boost zu benutzen, damit ich... Oh, den macht er. Oh, der ist ja. Ja, Maxify ist schon gut in Rocket League, auf jeden Fall. Also man merkt natürlich, dass Paluten dann wirklich ein Jahr lang nicht mehr gespielt hat. Dann war ich rein und dann war ich noch kaputt. Ja. Hab ihn eben abgenommen. Schön. Oh, oh. Das war nicht so gut, obwohl. Aber den kann er ja nicht locker machen. Oh. Oh mein Gott. Da komm ich. Den macht er halt echt noch, alter, richtig lost gewesen gerade, die Gegner. Ich hab, guck, ich hab die ganz kurz da gefaked jetzt. Komm, alle, du da jetzt. Da, warte, da, Fanta. Da, guck, kannst du, siehst du mich da unten? Ja, ich hab sie gesehen. Ja, ja, ich wär da, ich wär gewesen. Mal gucken, was er jetzt macht. Geht schnell nach vorne, breit an der Wand ab und... Oh, ich fahr kacke. Hopp. Ich hab... Oh, das war ein... Schön, der Pass. So war er auch gedacht. Oh, der geht, der geht. Boah, er hat Full Boost sogar, ne? Ja, okay, trotzdem. Oh, die zweite Runde ist doch easy. Mann, ey, wie ich sie fertig mache. Ey, du bist fast dreistellig mit den Punkten. Klar, sie gewinnen auch die zweite Runde. Um ganz fies zu sein, schreib ich nochmal ein easy noch. Verlooten, so kenn ich dich ja gar nicht. Ah, Leute, doch. Was? Die spielen ranked. Hä? Ich check's grad gar nicht. Wieso spielen die ranked und warum ist Maxify auf Diamond-Niveau? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst, weil eigentlich dachte ich, der wäre irgendwo so bei Champion bis Grand Champion 1. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Oder ist es vielleicht ein zweites Account oder so von ihm? Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Mucken, die haben dich doch unabprobeleidigt. Ja, wahrscheinlich, aber ist ja egal, Mensch. Wir sind intellektuell auf einem ganz anderen Niveau, weißt du? Nee, ich nicht. Ach so, okay. Ich bin intellektuell. Was, was intellektuell, Alter? Okay, wir spielen gegen den Roboter-Clan, ne? Das ist ein Roboter-Clan. Hey, Reiser wie Robert und Geely wie Robert. Deiner. Da steht aber Bot. Au. Sind das Bot? Nein, nein. Nicht? Nein, sind keine... Und er ist direkt durch. Und er verkackt. Das war's wieder komplett. Deiner. Hallo, Pallo. Hallo, schön. Maschine. Oh, der geht genau zu ihm hin. Boah, der fliegt auch so. Oh, Alter. Die machen ganz schön Druck gerade, ne? Merkst du das? Ja, ja, aber ich hab ihn. Oh, schön. Oder auch nicht. Oh, Mann. Okay, Pallo. Du hast ihn? Ja. Oh. Der will so ein Freikirchen. So, ich brauch' ich aber Boost, leider. Schön. Oh, Panuten trifft sogar immer mehr. Ich bin gerade in der Defense. Also, muss man schon mal so sagen. Einmal auf, Manuel Neuer. Fährst du drauf? Nee, doch. Ja, okay. Schön, guck dir's an. Ey, der trifft wirklich immer mehr Bände. Ah, ich fahr daneben. Egal, das ist deine Runde jetzt. Das war vielleicht, der Pinch und vielleicht nach hinten war nicht so smart von uns. Aber der ist nicht drin. Der trifft ihn nicht mal. Oh, 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 oh. Ich hab dich weggeschirmt, zu mir leid. Kein Problem, ich verzeih dir. Und Palle. Bam, hast du ihn gesehen? Er hat den ersten Fly gemacht. Ich hab so'n Boost in der Luft gemacht und den Ball sogar getroffen dabei. Oh, da kommt der Ball jetzt rein. Oh, macht er den? Ja, nein. Oh, Alter. Schade. Du bist hinten. Der geht daneben. Der macht ihn nicht? Was? Was ist mit den Gegnern los? Jetzt beerdet ich. Ja, gut. Oh, oh. Oh. Bleiben weg. Okay, Palle. Der geht rüber. Alles gut? Dann hast du ihn. Geh genau auf ihn. Boah. Lois. Strike einfach von hier. Damals Wii Sports Resort. Ja. Aber da war ich leider. Ich wollte den Boost. Guck mal, ich halte ihn. Er fick ihn die Latte und dann ging mich wieder gegen und dann rein. Das hat ein eingespieltes Team. Merkt man voll. Ja, ja, das stimmt. Aber wir sind eingespielt da. Ja. Oh. Geht der? Nein. Geht der rein? Nein. Ah, Mist. Aber es kann sein, dass Paluten in der Runde sogar auf die 100 Punkte kommt. Okay, okay. Okay, scheiße. Jetzt fahr drauf. Okay. Oh. Rutsch. Und der geht gut. Nein. Auf Poliagd. Auf Poliagd. Auf Poliagd. Und nochmal. Schade. Hau keinen Fußpalle. Ja, ich komm. Hab ich. Sehr schön, sehr schön. Ey, wirklich, der macht sich langsam. Ja, ich weiß, der Druck ist hoch. Hallo, deiner. Alter, meiner, mach ich. Nein, der hat sich nochmal berührt. Boah, kann er nochmal hochgehen? Nein. Nein. Ich hätte ihm fast, es müsste er eine Linie. Nein, ich hätte ihn ja wieder drei machen können. Kacke. Ah, GG. So, okay, dann ist das was mit Rocket League. Ja, Leute, das war's dann auch hier mit dem Video. Palute und Maxify spielen Rocket League. Also, man hat natürlich gesehen, Paluten ist um Welten schlechter als Maxify beispielsweise. Aber Palute hat jetzt auch ein Jahr lang nicht gespielt. Spielt generell, glaube ich, kaum Rocket League. Daher ist das verständlich. Man hat aber auch im Verlauf des Videos gesehen, dass er immer mehr Bälle getroffen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenlos Abo da. Und Maxify, kann man nicht sagen, ist sowieso ein sehr, sehr guter Rocket League Spieler. Ähm, ich weiß nicht, wie oft er spielt. Das würde mich auch mal interessieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Hauptaccount gerade war. Macht einfach nicht so viel Sinn, weil, wenn er eigentlich auf einem anderen Level spielt. Und, ja, deswegen glaube ich, das war seine Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Reapers Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.